. 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 Boxmusik. Die Sendung für Volksmusik mit Nicolas Sen. Gute Arbeit! Geht sie? Boxmusik! Diese Sendung für Volksmusik. Schön sind Sie heute Abend dabei. Ich habe heute einen Gast eingeladen. Dieser gehört zusammen mit seiner Formation zum Inventar der Schweizer Volksmusik. Seit rund 30 Jahren spielen sie auf der halben Welt. Und heute sind Sie hier bei Paz Musik. Herzlich willkommen. Kapelle Bühler Fischer mit Franz Bühler. . 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 Musik 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 Applaus Applaus Die Kapelle Bühler-Füsser mit Stefan Schwepper, Beat Füsser, Irene Reichenbach und noch Bühler. Eieiei, das ist sie mit Ihnen. Mein heutiger Gast, Franz Bühler. Franz Bühler ist ein Vollblutmusikant. Seit über 40 Jahren macht er Musik und hat in dieser Zeit schon über 100 Titel komponiert. Und das, obwohl die Musik für ihn nur ein Hobby ist. Ländler Musik ist etwas Schönes und eine gute Abwechslung zum Job. Ein Hobby, das mir einfach Spass bereitet. Beruflich beschäftigt sich Franz Bühler v.a. mit Computer- und Kassensystemen eines Grossverteils. Das musst du machen. Als Ausgleich macht er in der Freizeit gerne Sport. Applaus Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für den musikalischen Auftakt. Die Kapelle Bühler-Füsser gibt es ja mittlerweile schon ein paar Jahrzehnte. Wie ist denn da vor rund 33 Jahren überhaupt losgegangen? Ja, das war gerade so in der Zeit, in der wir die RS gemacht haben. Meine Frau, heutige Frau Barbara, zu dieser Zeit, in der wir in der RS waren, ging sie in Bonanza Musik hören, weil sie auch gerne Volksmusik hatte. Und in der Bonanza hat Kasper Mutter gespielt, eine Persönlichkeit in der Schweizer Volksmusikszene, und begleitet hat Beate Fischer dann am Akkordeon. Leider ist Kasper Mutter kurz später verstorben. Und dann hat er mir Barbara eigentlich den Tipp gegeben, gesagt, das wäre doch ein Akkordeonist. Das ist der Beate, der hat ja den gleichen Stil gerne und das könnte doch sicher ganz gut passen. Und es passt eigentlich bis heute sehr gut. Es passt bis heute. Wir sind eben über 30 Jahre miteinander unterwegs. Das ist ja fast ein wenig wie ein HAL-Zehepärchen, der Beate und du. Das wurde ja auch schon gefragt, aber das habe ich auch dann gesagt. Also heiraten würde man auch noch heute nicht. Also dann lassen wir das offen. Aber was ist sonst das Rezept, zumindest auf der musikalischen Ebene, dass das so lange so gut harmoniert hat? Ja, man muss natürlich den gleichen Stil gerne haben. Natürlich muss es von der Interesse her ein bisschen das Gleiche vertreten, was die Musik ist und auch die persönliche, wo man gut miteinander auskommt. Ein bisschen arbeiten an dem jeden Tag. Das gehört ja dazu. Und wir sind ja seitdem und je auch gerne gesendete Gäste im Fernsehen 1985. Die Haare waren noch ein bisschen länger da damals. Ja, aber viele habe ich ja immer noch. Viele hast du immer noch, das muss man da hoch anrechnen. Du hast ja auch auf der persönlichen Ebene mit dem Beate zu tun. Du hast ein Stückchen geschrieben, wo wir jetzt dann gerade gehört von ihm sein Sohn. Ja, das ist der Sandro. Ich durfte ihm das Götti-Amt übernehmen. Und das heisst für meinen Götti-Bub Sandro. Für den Götti-Bub. Und wir haben hier etwas, das man auch nicht jeden Tag sieht, nämlich gerade drei Handargel miteinander. Natürlich Beate Fischer, dann Rehmer Gewerder und Markus Wicki. Und miteinander spielen sie jetzt eben für den Götti-Bub, für Sandro. Da wäre dann der Sohn von Beat. Das ist der Kunde, wo ich Sie als auf die Chirve mit mir aufrechst. Es gibt ja auch viele Leute auf den Götti-Bub. Aber dann wird sie auch sehr unig, wo wir uns auf dem Götti-Bub. Das ist das nicht alles auf die Chirve, weil gehen wir mit den Götti-Bub. Und das ist das nicht alles auf. Na-na-na-na-na. Aber dann ist das nicht alles auf dem Götti-Bub. Und das ist das nicht alles auf. Und das ist das nicht alles. Musik 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 Applaus Applaus Das Handorgel Trio Fischer, Vicky Gwörder Gewünscht von meinem Gast Franz Bühler Wir haben am Anfang dieser Sendung auch schon Musik gehört Angefangen hast du aber wahrscheinlich wie so viele Mit zehn mit einem anderen Instrument Ja, mit zehn habe ich angefangen Blockflöte zu spielen Wie das eigentlich die meisten machen, die Musik beginnen Hier bist du der zweite von rechts Mit dem roten Kragen Genau, mit der schönen Frisur Mit der schönen Frisur wäre heute noch topmodern Wie ist es dann weitergegangen? Wie bist du zu den Klarinetten gekommen? Mit 14, 15 habe ich dann von meinem Vater eine Klarinette bekommen Mein Vater hatte Akkordeon gespielt und natürlich auch Freude am Innerschweizer Stil Darum hat er mir selbst eine Klarinette geschenkt Und dann habe ich die Klarinette gespielt Und dann habt ihr zuerst einmal mit der Familienkapelle gespielt? Genau, die Familienkapelle Bühler vom Steiser Berger Und dann war es dabei meine Brüder, Alois Und der zweite Brüder, Xavier Mein Vater hat auch Akkordeon gespielt und ich habe die Blase Und dann habe ich gehört Mit dir wäre fast mal noch ein grosses Alphornspiel rausgekommen Ah, ja, ja Ich weiss, auf was das absteuert Wie ist das gegangen? Ja, wir sind in Amerika gegangen mit Alois Schilliger 1984 Und einen Monat auf einem Amerika-Tournee und hat Alois gesagt Er hat die Plakate drücken lassen Und das ist dann auch so passiert Und wir waren natürlich etwa anderthalb Monate voraus Die Plakate drücken und weit und breit Kein Klarinette und kein Saxenfunder auf den Führer Alphorni Und dann hat Alois angelegt Und dann gesagt Ja, Franz und auch Herbert Gander, der noch dabei war Im Kasper Gander, sein Sohn, Ich muss einfach lernen, Alphorn spielen Und dann dachte ich, das ist noch glatt, so vier Wochen der Zeit Wenn ich nicht mehr sehe, wie die anderen üben Wir haben es dann probiert Und es ist dann tatsächlich nicht die Qualität herausgekommen Die wir uns erhofft haben Und dann hat Alois gesagt, ich regle das dann schon Und als wir dann angekommen sind Am Spielort Er hat einfach das Mikrofon genommen Und gesagt, ja, die Alphörner sind leider nicht ausgeladen worden Sie sind bis auf Toronto geflogen Wir können die Alphorn-Nummer nicht machen Wir können die Alphorn-Nummer nicht machen Aber es ist dann nicht so gut rausgekommen Es ist nicht so lange gegangen Als einer ins Auto rausgekommen, Alphörner reinzuholen Und der Weiser werde ich jetzt eigentlich gar nichts erzählen Alles klar, dann ist das Alphorn-Konzert in diesem Fall gleich noch zu Stand gekommen Mit der Kapelle Büheler Fischer machen ja etwas, was nicht ganz üblich ist Ihr begleitet mit der ganzen Kapelle ein Jodel-Duett Wir sind auf die Idee gekommen Die Idee ist entstanden 2004 Wir durften am eidgenössischen Schwingfest in Luzern die Hittelmelodie spielen Ruedi Biri hat das komponiert und mit Lisbeth zusammen Und wir haben sie begleitet Das war ganz etwas Schönes Schöne Erinnerungen, die das ganze Schwingfest angetaucht hat Und diese Erinnerungen lassen wir noch einmal aufleben Wir sind ins Finsterwald Das ist bei eurem Entli-Buch, oder? Genau Und haben sie dort aufgenommen Mit Lisbeth und Ruedi Biri, der für uns jodelt Mit Lisbeth und Ruedi Biri 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 Mit Lisbeth und Ruedi Jaumen Mit Lisbeth und Ruedi Biri Mit beingsing Musik 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 Applaus Wir bleiben gleich noch bei Jodelklänge. Wir kommen zu unserem Nachwuchs, SRF Musikwelle. Meine Kollegen von dort haben wir heute wieder jemanden. Die Dame heute, Caroline Martig, hatte eine ganz weite Anreise. Sie ist nämlich extra aus dem Wallis, hierher ins Zürich-Oberland. Wie lange hast du heute? So drei, dreieinhalb Stunden. Was für eine Ehre, so eine lange Anreise. Du jodelst ganz solistisch, ohne irgendwelche Begleitung. War das nie ein Problem? Ohne jemanden, der mitspielt, zu singen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe es so gewohnt. Das geht schon. Dann machen wir so weiter. Caroline Martig mit «A heitere Seele». «Gib jedem Tag am Traff Humor» «So geht mangs viel ringer» «Di Welt kommt dir noch mal schöner vor» «Und Sorgetrick und minder» «Und Sorgetrick und minder» «Und Sorgetrick und minder» «A heitere Seele» 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 Musik Ja, da, lor eu, ja, lor eu. Ja, lor eu, ja, lor eu, ja, lor eu. Eine Stimme, die das ganze Studio mitgerissen hat, Carolin Martig. Franz Bühler, wenn man das so hört, eine Stimme, so phänomenal, ihr könnt ja auch Konzerte veranstalten, im KKL in Luzern, da wäre doch mal etwas für euch. Ja, dann werden wir es sicher auf die Liste nehmen, das werden wir uns merken, ja. Aber dieses Konzert veranstalten ist ebenfalls mit Musik nur ein Nebenamtli und du hast noch ganz regulär einen anständigen Job, Informatiker. Ja, genau, ich arbeite bei einem grossen Detailhändler und zwar unterhalten wir ein Kassensystem dort, wir können Spezifikationen dazu schreiben und auch die ganze Ausbildung sicherstellen. Wie muss man sich da vorstellen, diese Kassen sind ja alle miteinander verbunden über ein System. Also jede Kasse in der Schweiz läuft auch über euer System. Das ist richtig, ja, das ist zentral gesteuert. Wir betreiben etwa 16'000 Wagen und Kassen insgesamt und das ist zentral gesteuert, ja. Wenn wir dann den Überblick behalten, am Schluss sind ja dann die Endkonsumenten, die die Geräte, die wir heute auch immer mehr selber zahlen müssen, die wir bedienen müssen. Ist das die grösste Herausforderung? Ja, es ist sicher eine grosse Herausforderung, aber wir versuchen sie so zu gestalten, dass man eben nicht viel dazu erklären muss, sondern dass sie logisch verständlich sind. Dass das dann auch wirklich funktioniert. Jetzt haben wir sehr viel schon über die Musik gesprochen, wir haben über deinen Beruf gesprochen. Irgendwann muss doch auch den Herrn Bühler mal ein bisschen abschalten können. Was machst du denn? Hier bin ich gerne ein Spörtchen, hier mit Cyril, mit dem Sohn und mit Damian zusammen. Ich habe so einen Babyhinten spielen, wöchentlich, und das ist eine ganz glatte Herausforderung und Abwechslung. Da geht es ja hoch zu und her. Wer gewinnt den einmal? Äh, bis etwa vor zwei Jahren habe ich eigentlich alles gewonnen und jetzt spielt es nicht mehr so eine Rolle. Jetzt spielt er! Den können wir jetzt nicht so gelten lassen. Der Sohn ist hier in der Nähe. Sagen wir mal, wie sieht es jetzt aus? Wer gewinnt oder wer jegt da wer über den Platz? Ja, ich kann eigentlich nicht mehr viel zufügen. Wie er schon gesagt hat, mein Leben lang, fast 30 Jahre hinterher gesäcklet. Legst du dich jetzt ein bisschen kehrt. Es ist Zeit geworden, dass es da kehrt hat. Danke vielmals. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt die Badminton-Analyse und machen wieder ein bisschen Musik. Darf ich dich auf die Bühne begleiten? Das Schlöckchen. Das Instrument hast du schon parat. Ja, genau. Wir haben zu der Kapelle Bühler-Fischern eine Verstärkung geholt in Form von René Jakober. Und deine Komposition, die wir jetzt hören, Katzenmutter, hast du für deine Frau, für Barbara geschrieben, oder? Genau. Die Katzenmutter, da hat jetzt nicht nur Katzen ausgesehen, deine Söhne, Badminton. Ja, nein, die Komposition ist entstanden, als ein Busi von uns einen Unfall gemacht hat. Und Barbara hat sie dann speziell betreut während dieser Zeit. Und so ist eigentlich der Titel entstanden. Wir haben ja jetzt noch drei Kätzchen und es bereichert die Familie. Das freue ich mich. Bitteschön, wir hören also, meine Damen und Herren. Nicht etwa Katzenmusik, sondern Katzenmutter. Bitteschön, wir hören also, meine Damen und Herren. 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 Bitteschön, wir hören auch, 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 meine Damen und Herren. Bitteschön, wir hören auch. Bitteschön, wir hören auch, meine Damen und Herren. Bitteschön, wir hören auch, meine Damen und Herren.